Und die Teller dahin. Ach, ihr seid ja auch schon da. Guten Morgen wünsche ich euch. Seid ihr auch so neugierig wie ich und wollt unbedingt wissen, was sich hinter Türchen 18 so versteckt? Dann kommt mit, wir schauen nach. Hm, was könnte das denn sein? Da ist noch mehr. Ich packe es einmal aus und wir schauen, was es ist. Ah, jetzt, das ist dein Tisch. Mit einer Tischdecke bis ganz runter zum Boden. Gebunden mit einer grünen Schleife. Und wir haben noch eine Turte. Diese hat an den Seiten ebenfalls weiße Schleifen. Und oben hat sie einen roten Stern drauf. Die Weihnachtsturte passt perfekt auf meine Turtenplatte oben drauf. Und auf dem Tisch, da passt perfekt der Blumentopf mit dem Weihnachtsstern hin. So, ihr Lieben, das war es für heute auch schon wieder gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Bis morgen dann. Tschau, tschau! Tschau, tschau! Tschau, tschau! Untertitelung des ZDF, 2020